Als Repräsentantin für Kosmetik kann ich mir weder Flecken noch blasse Farben leisten. Klar gibt's ab und zu mal kleine Unfälle. Früher war ich immer ganz schön sauer, wenn die Flecken nicht wieder rausgingen. Oder die Farben hinterher völlig ausgebleicht waren. Dann habe ich Ariel Color mit diesem farbsicheren Flecklöser entdeckt. Bei solchen Flecken lassen viele Waschmittel die Farben oft ganz schön alt aussehen. Ariel Color schafft die Flecken und schont die Farben. So gebe ich immer ein gutes Bild ab. Ariel Color wäscht perfekt rein, versiegelt die Farben.